Hallo, hier ist Christoph von TabTech.de und das ist ein Handsphone mit dem neuen Acer Aspire Switch 10. Das ist die Full HD Version, die etwas teurere Version. Wir haben ja schon das Acer Aspire Switch 10 E gesehen. Hier das Interessante ist, dass wir auf der Rückseite ein Glas haben, also ein Corning Gorilla Glas. Das ist hier sehr schön verarbeitet. Wir haben hier nicht mehr diesen Aluminiumrahmen, wie wir es bei der Vorgängerversion gehabt haben. Im Inneren arbeitet aber im Prinzip die ähnliche Technik noch. Wir haben hier den Intel Atom Z3735, 2 GB Arbeitsspeicher, wahlweise 32 oder 64 GB internen Speicher. Wir haben auch dasselbe Full HD Display und ihr seht hier vorne auch schon, da hat sich beim Design nicht wirklich viel getan. Der Preis sollte ca. bei 449 Euro liegen. Dafür hat man eben die bessere Version hinten mit dem Glas. Und natürlich hier das Full HD Display. Zudem gibt es natürlich auch den Support hier für diesen Acer Stylus, den wir ja bereits kennen. Der auch mittlerweile relativ gut funktioniert. Das ist ja die Technik von Synaptics, wie wir sie kennen. Ansonsten haben wir natürlich hier auch noch das Keyboard mit einem USB Anschluss. Wir haben auch ein verbessertes Hinge, dieses Hinge 2.0 oder Snap Hinge 2.0 mit stärkeren Magneten. Das Ganze ist einfach hier ein bisschen fester, solider. Es wackelt auch nicht mehr ganz so viel. Das hat man eigentlich hier bei dieser Version verbessert. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viele Verbesserungen bzw. Neuerungen beim neuen Acer Spire Switch 10. Aber es gibt noch weitere Produkte, also vergesst nicht hier unseren YouTube Kanal zu abonnieren. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.